Boah, da dachte ich mir heute so, übelst warm, gehst du ins Freibad. Na, was geht? Ihr seid ja auch da. Willkommen bei einem neuen Video. Wüsste ich mal was anderes? Haben wir ja am Patreon-Video angekündigt. Du hast genauso gefallen. Jo Leute, also wir wollten halt mal was Neues ausprobieren, so Richtung Parcours-Kampf-mäßig. Und deswegen heißt das halt jetzt auch einfach Fight or Flight. Es macht uns zwar übelst einen Spaß, aber wir sind alles andere als Parcours-Profis. Und trotzdem ist die Nachfrage von euch danach immer relativ hoch. Und deswegen passt das ja eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Das Ganze ist erstmal wirklich nur ein Prototyp. Und sicherlich kann man noch einiges verbessern. Und ihr seid ja auch recht zuverlässig, was konstruktive Kritik angeht. Also lasst uns wissen, ob euch das gefällt, auch wenn es nichts mit Pranks zu tun hat. Ja bitte! Film ab! 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 UNTERTITELUNG 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 Ich geh zurück in deine Kamera UNTERTITELUNG 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 Das geht so nicht Ihr seid doch noch nicht Ich, ok Shit Oh fuck Ah, schade Oh alter, der war super Also, mach den ersten Schlag noch auf das Ding Das war richtig geil. Au! Warte, ihr müsst gleich komisch drauf gucken. Supergeil. Ne, Mann. Ich komm mal. War ne Rommelhandschein. Oh Mann, wir haben uns so hart geschnitten. Keine ***